Scheiße! Die reinste Immortals-Tagung da unten. Ich geb dir von oben Deckung. Sag dir, warte bis niemand hinguckt. Hier ist noch einer, warte mal. Schau da, schau, schau! Schnell ausschalten! Scheiße, hier wird's heiß! Sie haben uns! Schalt sie alle aus! Sie haben uns entdeckt! Weg hier! Ach! Wir werden zu dem Gebäude da vorne vorstoßen. Das ist hinter der Wand, na wunder. Und da gibt's kein Roboter im Moment. Und da gibt's kein Roboter im Moment. Gehen wir mal hier ran. Toll! Gehen wir mal da rein! Schauen wir da! Hm, warum gibt's diesen Raum da? Da will ich nicht hin, aber... Ah, das war das, genau. Hier ist ein Kern, dann kann man den Kern rausziehen. Hä, wieso treffe ich ihn jetzt nicht? Achso, das sind unsere. Ich hab gedacht. Ich muss hier weg! Einschmeißen. Waren das jetzt alle? Wurde, fast alle wenigstens. Kräme sein. Geh du vor! Ich geb dir Deckung! Okay. Willst du es wirklich nicht ablasen? Auf gar keinen Fall, Hendricks. Wir verlassen Singapur nicht ohne sie. Der Unterschlupf ist kompromittiert. Ich zieh mich in den Schutzraum zurück. Leite Coach, wart sein! Gut zu wissen, dass du noch munter bist. Hast du Taylors Funkspruch gehört? Er hat euch kontaktiert? Was hat er gesagt? Was hat Taylor euch erzählt? Sie kommen! Cain! Die Kommunikation ist wieder abgebrochen. Nein, das ist was anderes. So, weiter geht's. Ich habe Rache geschworen. Ihr habt eure Mauern errichtet, um die Schwachen und Kranken einzupferchen. Ihr habt sie zurückgelassen. Sie vergessen. Heute verüben die Kinder der Apokalypse ihre Vergeltung gegen all jene, die ihnen tatenlos beim Sterben zugesehen haben. Daran seid ihr selbst schuld. Gojolan? Wie? Ich habe ihr Zugriff auf unsere Kommunikationsprotokolle gegeben. Taylor! Was willst du? Was genau suchst du? Die Entscheidung, die Verantwortung, ruht immer auf den Schultern eines Einzelnen. Und den werde ich finden. Wieso? Weil ich wissen muss, wie tief dieser Kaninchenbau ist. Okay. Die Kampfer könnten uns Vorteile gegenüber den Scharfschützen verschaffen. Das sind okay. 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 Und da doch. Da ist ja gar keiner mehr. Hab ich überhaupt? Nee, schieß zu hoch. Die ist so niedrig. Treffe ich jetzt? Nee, treffe ich nicht. Komisch. So, hab ich jetzt meine Pistolen... Mann! Der hat einen Sniper dabei gehabt. Warum hat er die denn jetzt wieder weggepackt? Jetzt werde ich wütend. Erledigen wir den Rest von diesen Typen. Bei mir sammeln und zum Unterschlupf vorstoßen. What? Halt! Was ist das für ein Geräusch? Wow, 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 wow. ASP! In Deckung! Ablenken! Ich schalte das Verteidigungssystem aus. Okay. Ja, äh, äh, äh. Geht nicht. Da muss ich, äh, ein bisschen länger. Wir brauchen etwas Großes, um das Ding auszuschalten. Ja, jetzt muss ich das Verteidigungssystem aber machen. Ich glaube, das war's. Der sieht ziemlich erledigt aus. Da kommt feindliche Verstärkung! Jee, der ist auch mal kaputt. Ich bin verarschen. Ich bin schon verarschen, oder? Was hält der denn bitte aus? Was hat er denn jetzt bitte ausgehalten? Hallo? Was passiert da gerade? Wieso schießt er denn nicht da, wo ich hinziele? Hä? Was ist denn mit einer anderen Waffe? Ah. Taylor hat unsere Kommunikation kompromittiert. Wir haben keine Ahnung, wie er zuhört oder redet. Kann ich ihn hier mitnehmen? Ich guck mal, ich versuch's. Ich nehm mich jetzt an der Wand. Also, es ist an der Wand. Okay. Uh, nö, 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 nö. Das neue, die Fenn, neue Fennigladung. Also, ich weiß noch nicht, wo wir jetzt hin müssen. Gehen wir erst mal hier. Ja, das machen wir hier so ein paar Sachen auseinander. Ich mach doch gerade sie kaputt. Such den Himmel nach Drohnen ab. Erdarm ist weg. Ich kann da nicht hin schießen, Mann, blöd. Oh Gott. Heißer weg. So, die Dinger hin. Hä, da war noch was. Hä? Ah. Hey, das war einer von uns, hab ich schon gesehen. Na ja, ja, ist das bei dir. Ah, die Drohne. Das, nee, sind wir nur los. Warte, warte, warte. Ah, da muss ich erst. Hm, das dauert ein bisschen. Mann, die haben mich doch mal nicht getroffen. Achso, mach, mach, mach. Bein gucken. Nein, Leute. Wohin wo... Hä? Keine Ahnung. Ich frage, hier kriegt ja gar nichts, egal was mit dem Ding... Hat keinen Sinn. Ach immer, wenn ich das Ding benutze, bin ich unsichtbar. So. Ich war gespannt. Oder auch nicht. Fuck. Das war's dann wohl. Such einen Transport für die Extraktion, Hendrix. Du verarschst mich, oder? Sie ist tot. Es gibt noch eine Chance. Hey! Hörst du mich? Sie ist tot! Akzeptier's! Nee. Eure Freundin? Sie hat hart gekämpft. Was hast du ihr angetan? Sie wird nicht mehr mit euch reden. Jetzt ist sie einfach still. Ihr werdet schon sehen. Hä? Woher kommt die denn her? Wo kamen die denn jetzt bitte her? Meine Güte. Was immer du vorhast, gib Gott. Das Gebäude um dich herum stürzt ein. Hab ich so viel gewollt gerade? Oh mein Gott. Das ist ja ernst, oder? Ach, das ist unsere Zentrale. Ach, hier, hier. Bleib, wo du bist, Hendrix. Es ist noch nicht vorbei. Die Zentrale, ja. Tag, ja. Das ist für meine Güte. Oh mein Gott! Hast du was zu sagen, Hendrix? Jetzt nicht mehr. Ich sehe... ...ziemlich viel Blut an dir. Ja. Ist doch immer so, oder? Ich finde, er hat auch schon sehr viel... ...Blut an seinen Händen, so. Hm. Ja. Obwohl das ja eine Roboter war. Gerade am Ende. Hm. Äh... Level 10 sind wir schon. Ja, wie geil. Ich würde nicht mehr wissen, wie viele Levels es noch gibt. Auf jeden Fall mehr. Wie geht es ihr? Sie ist stark. Mit der Medizin wird sie in ein paar Stunden wieder auf den Beinen sein. Die Narben... ...brauchen länger zum Verheilen. Und... ...kommst du damit klar? Womit denn, Hendrix? Mit der Tatsache, dass Leute wie wir... ...unsere früheren Freunde... ...zu Verrätern geworden sind. Und dass wir sie verfolgen. Sie haben geheime Daten weitergegeben, anhand derer unsere Feinde wussten wann und wo sie zuschlagen mussten. Sie haben der CIA das Singapur-Desaster zugeschoben. Ihre Handlungen haben das ganze VR gefährdet. Also ja, ich komm damit klar. Darauf kannst du Gift nehmen. Ja, ich auch. Okay, jetzt kann ich aber endlich mal hier... Mal gucken, ich wollte... Wir haben nämlich was gefunden gehabt. Hier so eine Drachenkette. Und hier so eine... äh... Bombenspielroboter. Das ist aber im Multiplayer die neue ähm... äh... Fernerkleidung war das, glaube ich. Ja. Ah, scheinbar hatten wir zwei Plätze. So. So ist gut. So und weiter geht's. Äh... Kerne lassen wir mal. Oder warte mal. Warte noch mal ganz kurz. Die Kerne könnte man doch noch mal ein bisschen anpassen. Was haben wir gekauft? Ich glaube, ich kauf mir jetzt erstmal... alle, dass ich alle einmal hab hier dann. Komm noch rein. Naja gut. Die nächsten Mission haben wir dann nochmal zu. Dann kann ich mir nämlich noch die zwei letzten hier holen. Und dann haben wir erstmal alle Kerne soweit voll. Kann man schon alles mal testen. Bei Waffen... Ja, weiß ich nicht. Ähm... Den hatten wir jetzt noch gar nicht. Dann nehm ich jetzt mal den. Und äh... Bruder... Ja, nehm ich hier. Ja, nehm ich jetzt. Ja, nehm ich jetzt. Ja, nehm ich jetzt. Ja, nehm ich jetzt mal das. Ja, nehm ich jetzt mal das. Ähn normale die reciteen. Vielen Dank.